Hi Leute, ich bin Ava, willkommen bei Alls-Eva-Gehme-Holtz-Mor dabei. Hello! Und du bekommst heute ein Haus! Wir ziehen um! Ich habe nämlich beschlossen, meine Güte, das Haus, in dem wir da leben. Es ist klein. Es ist halt klein, weil ich kein Premium-Konto habe. Ja, guck. Das war das beste Haus, was ich mir leisten konnte. Also, Ava, wir müssen erstmal alles zusammenpacken, wenn wir umziehen wollen. Und dann müssen wir Häuser shoppen gehen. Fair enough. Aber erstmal packen wir und ich rufe die Maklerin an. Also, ich brauche natürlich mein iPad. Vor allem, stell dich mal zu mir. Können wir nicht mehr in einem Haus wohnen, wo ich mir immer oben die Rübe anhaue, wenn ich hüpfe. Ja, ich kann das auch nicht mehr. Ja, das geht einfach nicht. Und wo da ein Riesenfenster ist. In der, im Badezimmer. Ja, wo jeder reingucken kann. Nein, nein, nein. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch mein Handy. Ja, ich packe mal unten die Sachen, ja. Mein Koffer. Okay. Ich brauche dann auch hier so dieses Ding und ein Buch. Mein Passwort. Ja, mein Pass. Vielleicht noch ein bisschen Wasser und Reese's Pieces. Okay, ich bin bereit. Ich habe mir einen Kaffee gemacht vor Frust. Komm mal runter. Sitze da. Na, da ist nicht mein Kaffee. Also, ich sitze da einfach voll gefrustet. Die Maklerin hat nämlich nicht abgenommen. Was? Ja. Wo ist denn mein Koffer? Kann ich auch einen packen? Ja, du musst da. Okay. Wie kann ich den denn in die Hand nehmen? Ah, so, ich habe es geschafft. Also, Ava. Ja? Wir müssen hier raus. Wir müssen die Häuser jetzt selber abklappern. Okay, gut. Kommst du? Ja. Zwei Koffer und die Mutter. Ich weiß auch, ob ich dich so halte. Ja, mein Kopf schlägt die ganze Zeit auf dem Boot. Aber alles gut, Leute. Ich habe mir im Haus so auf die Birne angestoßen. Mein Kopf ist schon ganz... Ja, man fühlt nichts mehr. Okay. Alles abgestorben. Wie wärst du? Wie wärst du kaufst das Haus? Oder? Nein, nein, ich muss es kaufen. Ich habe hier das Primus. Aber komm, wir gucken uns erstmal um. Das ist also unser jetziges Haus. Das sieht von außen voll groß aus. Ich muss mal mein Kopf... Hey. Hat hier auf den Boden geschmissen. Und jetzt ist es weg. Soll ich es weg machen? Ja, nee, lass uns erstmal in unser Haus. Warte, mach doch mal ein Foto davon, bitte, von unserem Haus. Erinnerungsfoto vom King Muffin 316 Haus. Guck mal, das sieht von außen so hübsch aus. Mit der Beleuchtung. Ja, wir haben Leryl-Screenshot gemacht. Sehr schön. So als Erinnerung. Das war unser erstes Haus. Da haben wir uns... Ey, was morgen Routine drin gefilmt. Da habe ich mir das Cookies World Sea T-Shirt angezogen. Das ist so ein schönes... Und die hübsche Maske, damit ich mich nicht anstecke mit Corona. Ja, oh, das waren Zeiten. Das waren noch Zeiten. Jetzt müssen wir ein Riesenhaus kaufen. Ja, welches wollen wir? Ja, dann lass uns mal gucken, welches Haus wir kaufen wollen. Okay, gut. Scroll mal langsam durch. Wir haben nämlich geerbt. Unsere reiche Erbtante ist gestorben. Unsere Roblox-Erbtante. Wir kennen sie gar nicht. Unsere Roblox-Erbtante. Wir kannten sie nicht. Von daher müssen wir auch nicht traurig sein, dass sie jetzt nicht mehr unter uns weilt. Aber sie hat uns so viele Roblox vererbt, dass wir uns jetzt ein sehr großes Haus kaufen können. Ich kannte sie nicht, du kanntest sie nicht. Wir kannten sie nicht, nein. Ja. Hätte nicht jeder gerne so eine Erbtante. Auch Erbonkel, egal wer. So, dann zeig mal. Das schönste Haus, bitte. Ähm, ich dachte vielleicht... Oder sollen wir dieses Tube-Haus kaufen? Nein, ich will ein schönes Haus. Dann, wie wär's, wie wär's, das mit diesem komischen Häusen? Ja, wenn es viele Zimmer hat. Ähm, oder, 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 wie wär's, wir kaufen uns das da. Das sieht auch sehr schön aus. Drei-Stöckige. Wir müssen aber noch zwei Minuten warten. Oh, dann lass uns mal in die Stadt gehen und gucken. Okay, gut. Ich hab aber kein Auto. Dann müssen wir laufen, mein Kind. Oder, warte, nein. Warte, ich laufe gerade. Nein, warte. Das steht. Ich werd uns ein Auto holen. Das ist das letzte Mal gefahren. Das war unser erstes Auto. Weißt du noch, das war drin? Ah ja, vielleicht können wir in der Stadt ein teureres Auto kaufen. Die Erbtante war sehr großzügig. Komm rein. I'm trying to scoop you up. Okay, warte. Ich hab's geschafft. Nein, hast du nicht. Ach so. Ich wollt grad sagen, ich hab's auf dem... Ja, okay. Okay, dann fahr ich halt wieder auf dem Dach mit. So, ähm... Wie kann man eigentlich so unfähig nur sein, wie ich? Das frag ich mich auch oft, ehrlich gesagt. Hast du das gehört? Du fragst dich oft, warum ihre Mutter so unfähig ist. Nein, das frag ich mich nur in der Dortmund. Ah, okay. Nicht im echtem Leben. Du bist sehr feg im echtem Leben. Da bin ich ja erleichtert. Ich hab grad schon so leichten Herzinfarkt gekriegt. Ich dachte, wir mussten Krankenwagen rufen. Wir brauchen... Guck mal, was es für Geschäfte gibt. Also zumindest brauchen wir mal was an Lebensmitteln fürs neue Haus. Okay, gut. Hier im Grocery-Store. Genau. Einmal rein. Kommst du? Ja. Oder sollen wir nochmal zum Pizzaplatz bleiben? Nee, nee, nee. Wir müssen einkaufen gehen. Okay. Aber hier gibt's nie was Schönes. Warte, jieso? Ha. Warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich will rein. Bleib stehen! Ah! Ups. Ich weiß nicht, wie das weg geht. Ah, jetzt. Ich hab's gestanden. So, ich komm wieder rein. Okay. Und so sei jetzt sehr vorsichtig. Ja. Ich hätt gern Eis. Boah, ist das unheimlich. Was ist da? Ach, da kann man in die anderen Geschäfte... Oh, jetzt hab ich mich ablenken lassen. Warte. Warte, ich schreibe deine Haare. Nee, 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 nee. Ich glaub, wir gehen vorne raus. Okay. Wir haben im Spiel, sagst du ja so oft, jetzt alles an Lebensmitteln gekauft, was wir brauchen. Okay, aber komm, lass uns noch mal beim Drive-Thru gehen. Okay, müssen wir ins Auto, ja? Ja. Oder ich hab ne Idee, wo wir noch besser hingehen. Ja. Unsere, ähm, unsere, äh, Erb-Ant-Tante hat uns ja was nachgegeben. Warte, komm mal, komm mal, komm mal. Ja. Äh, so. Die hatte uns, siehst du das Flugzeug da oben? Da werden wir drauf fahren. Oh, cool. Kommst du? Ist das nicht ein Hubschrauber? Das ist, ich mein das. Ich hab aber Dingsums gesagt. Okay. Boah, wir müssen Parkour machen, um hochzukommen. Du wirst mich wohl veräppeln. Komm schon. Du wirst mich gerade auslaufen. Okay, wo bist du? Hier bin ich, hier. Komm, 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 komm. Ich hab auch so gesehen in den Chat angemacht. Also, gut. Jetzt müssen wir, guck mal, müssen wir, hä, nicht, ups, nicht rein, sondern müssen wir dann. Okay, mach du mal, ich warte hier unten. Kann mich mal gerade auslaufen, gespeichert ein Parcours machen. Da kann ich ja nur lachen. Da ist der Hubschrauber. Hubschrauber oder wie du früher als Kind gesagt hast. Hukaka. Ein Polizeihubschrauber. Das hat aber jetzt nicht mehr viel mit Umziehen zu tun, mein Schatz. Doch, wir können damit hinfliegen. Okay. Darf ich dir auch mit oder muss ich so laufen? Oh, ich denke, du kannst nicht wirklich mitkommen. Ja, tschüss, Hubschrauber. Okay, gut, die hat uns doch keinen Hubschrauber gegeben. Doch, ne, komm, lass uns, komm, lass uns einfach nach Hause gehen. Gibt es nicht noch andere Geschäfte, wo man was kaufen kann? Hm, wie wär's? Nein, 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 nicht ins Auto. Okay, geht, geht rein. Was hast du denn für ein Auto gekauft? Das ist ein cooles. Es sitzt wieder so halb drin, halb draußen, ne? Ja. Nee, du sitzt eigentlich schon drin. Aber ich bin nicht angeschnallt. Okay, jetzt so, äh, wo sollen wir unser Haus kaufen? Da, direkt, so ein... Oh, da, ich hab ne Idee, warte. Ich hab ne Idee, wir gehen, kaufen uns, hier, warte. Ich hasse das ja, wenn es Nacht wird, ne? Da sieht man ja gar nichts. Ich will aber nicht so weit weg von der Stadt wohnen. Okay, gut, dann, warte. Ähm, raus, komm raus. Und jetzt, warte, warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Und wir werden, äh, und wir werden jetzt hier. Oh, ist das ein Lake? Ja, gut, du, du bleib erst mal da. Okay. Ja. Oh, das find ich ja toll, mitten in so nem kleinen See. Gut. Sollen wir's machen? Ja. Gut. Kann man das dann immer wieder nehmen? Ja. Tada. Wow, mit nem Anlegesteg und allem. Ja, es wird jetzt schwierig für dich, hier drauf zu fahren, oder? Ansonsten lauf ich durchs Boot, hab ich versehen, ich hingesetzt. Schon wieder. Es wird sehr interessant zu gucken, wie du das machst. Und schon wieder sitze ich. Schnell, ich hatte dich. Ah! Okay, also wir gehen in unser neues Haus und wir gucken uns um. Ja. Komm mit. Ho, bing dong. Glatis. Uh, schön. Kannst du mich einladen in deine Familie, dass ich auch Sachen anfassen kann? Ja. Du warst ja nicht, meine Mutter. Oh, oh. Wo bin ich? Wollen wir erst oben gucken? Ja. Wow, ne grüne Wand. Kannst du die lila machen? Lass es uns hier ein bisschen personalisieren. So? Sehr hübsch, ja. Aha, ich geh ganz nach oben. Ich geh ganz nach oben. Das obere Zimmer. Dips, 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 dips. Ich geh die Mama. Ich krieg das beste Zimmer. Dips, dips, dips. Und wo ist mein Schlafzimmer? Ist das im Keller jetzt, oder was? Oder wenn du willst, hast du das da oben genommen? Nein, alles gut. Nee, du nehmen das da oben. Du kriegst im echten Leben auch immer die besten Zimmer, von daher. Jetzt kommen wir mit mir runter, dann gucken wir uns mal mein Zimmer an. Okay. Du kannst auch hier oben schlafen. Echt? Gibt's da oben Zimmer? Ja. Zeig. Ach, da. Hi. Guck, hier rein. Ah, sehr cool. Aber das ist viel kleiner als deins, ne? Und wo ist mein Schlafzimmer? Das Bad ist im Keller, ne? Warte. Also ich hab ein Bad. Du hast oben ein Bad. Dann nehm ich doch das Schlafzimmer im Keller. Okay. Wenn ich hier wieder rauskomme. Ach ja, hier bin ich. Warte, warte im Keller auf mich. Zum Glück könnt ihr meine Bildschirmaufnahme nicht sehen. Kannst du mich mal runter tragen, bitte? Ach nee, ich hab's geschafft. Wo bist du? Hallo? Okay, also hier ist ein großes Bad. Sehr schön. Oh, das gefällt mir. Und wo ist mein Zimmer? Nein, 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 nein. Bleib stehen. Ja? Das ist schon ein bisschen größer für mich. Ja, das ist schon okay. Es hat zwar keine Sitzecke oder so, aber dafür habe ich den direkten Zugang nach draußen, oder? Wenn du mich nicht einschließt. Ja, nur jetzt wunderschön, wo ist der Pool? Wo ist der Pool? Ich hab so ein Haus Pool eingestellt. Den suche ich jetzt mal. Okay. Du suchst den Pool. Wenn du ihn gefunden hast, sag mir Bescheid. Ich gucke selber hier unten noch ein bisschen. Und dann müssen wir auch unsere Sachen auspacken, ne? Dass wir hier richtig einziehen können. Ich denke, wir können keinen Pool haben, weil im Prinzip ist das hier schon unser Pool. Das könnte auch gut sein. Das ist aber auch schade, weil ich kenne nämlich Häuser, die am Wasser liegen, die trotzdem einen Pool haben. Eigentlich habe ich Angst, ich will jetzt nicht Angst sagen, ich mag es nicht sehr doll, Ozean zu gehen, möchte ich mal sagen. Also, wenn wir einen Haus putzen. Aber es ist ja auch ein Lake House, also es ist ja nicht der Ozean, es ist ja nur ein See. Aber ich mag von dir hier keinen Seeweibern. Okay, bleib mal hier. Hilf mir mal den Koffer auspacken. Wo ist mein Kleiderschrank? Ich habe keinen Kleiderschrank, Dude. Ich habe nur so eine kleine Kommode. Okay, dann packe ich hier mal alles rein. Da, 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 da. Okay. Und dann gehen wir mal hoch und packen deinen aus. Okay. Ich bin wieder in die Wand gelaufen. Muttel, da rein. Ich habe es aus der Tür rausgeschickt. Ich fahrt mal saugen. Und wieder, oh ja, ich habe wieder den sehr komischen Staubsauger gemacht. Ich mag das, wie du mithilfst. Aber guck doch mal, wie schön das Haus ist. Eine Riesenküche. Oh, so eine Küche hätte ich auch gerne in echt. Wo ist meine Erbtante, wenn man sie braucht? Und wo ist das Wohnzimmer? Ist das hinter dem Kaminofen? Mach mal das Feuer an, bitte. Heute ist es ein bisschen frisch. Okay. Und da ist das Wohnzimmer, okay. Warte mal, ich gehe mal runter. Ja. Saugst du mein Zimmer? Warte. Ja, so. Ich gucke. Und du mach mal da bei dir. Ja. Du holst dir was zu essen. Okay. Ich gehe mal raus. Mama. Ja. Was ist los? Oh, Schut. Es brennt. Es brennt. Ich lauf durch die Flammen. Nein, ich habe mich hingesetzt. Ach du Schande, hilf. Ich komme nicht raus. Ich hole mir jetzt ein Kreis. Ich wollte es sehr langsam. Ich komme nicht raus. Ich habe mich ständig hingesetzt. Unser nagelneues Haus brennt sie ab. Wusstest du, dass das passiert? Hast du das mit Absicht gemacht? Nein. Und wer repariert das jetzt? Wer renoviert das? Die Erbtanze. Die Erbtanze, die ist gut. Die andere Erbtanze. Oh, da brennt es auf. Wir haben noch nicht mal eine Hausratversicherung oder irgendwie eine Feuerwasserflutversicherung. Eine kriege ich nicht weg. Da oben brennt es auch noch. Du hast doch nicht mal ausgepackt. Gut, aber eines Mal will ich Feuer brennt lassen. Ich finde das cool. So, immer so schön warm. Oder nein? Nein, stell mal vor, das greift über. Und dann pack doch bitte mal oben deinen Koffer aus. Warte, warte. Sagst du, ich packe mir die Person, die dich gerettet hat. Ja, danke, danke. Mie. Hier, geh hoch. Warte, dein Zimmer brennt noch. Ja, löschen. Komm, aber jetzt gib dir ein bisschen Mühe, dass du auch auspacken kannst. Mie. Au. War das jetzt gut? Nein. Es ist so lustig, wenn ich das habe. Ach, doch. Also, ich kann man auch immer lol sagen. Du sagst immer, es ist doof, ja. Das wäre jetzt eigentlich ein passender Moment. Ah, lolololololololol. Nein, das war ein schlechter Moment. Okay, also ich bin schon mal oben in deinem Zimmer und pack deinen Koffer aus, ja. Du hast ein Ankleidezimmer. Du hast, ich habe nicht mal einen Schrank. Ich habe es angeboten zu geben und du hast gesagt, nee, du nimmst. Ja, im echten Leben kriegst du ja auch immer die Sachen. Vier Schränke haben wir bei uns im Ankleidezimmer stehen. Ich habe jetzt nur noch einen und Ava hat drei. Soll ich, warte mal, wo bist du? Ich habe mich versteckt. Hier, war da, guck, hinten in der Ecke. Soll ich dir sagen, was ich dazu sage? Lol. Guck, da bin ich. Da ist mir so nett. Money, money, money. Oh, schmeißt du Geld? Money. Bitte, nur weil wir eine Erbtante haben, benimm dich jetzt mal nicht anders als sonst, ja. Und im echten Leben würde ich ganz schön was sagen. Nicht mich da runter schmeißen. Sorry. Ich stehe auf dem Geländer. Oh, ich habe es geschafft, nicht in den Tod zu stürzen. So, komm, leg dich zu mir in die... Du hast noch nicht mal ein Bikini an. Ich ziehe mein Bikini an. Also, weil ich nicht weiß, wo die Bikinis sind, bleibe ich hier angezogen mit meinen Adidas. Mama, du hast keinen Job. Ich habe eine reiche Erbtante. Und an der Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns. Das nächste Mal gehe ich dann auf Arbeitssuche. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns und unserem Umzug. Seid froh, dass unser Haus nicht gleich abgebrannt ist. Sonst gäbe es demnächst keine Brookhaven-Videos mehr. Ja, lasst uns einen dicken Daumen nach oben da. Wir grüßen aber jetzt noch aus unserer Roblox-Gruppe. Ja, ja, ja. 45.000 Members, danke schön. Wahnsinn, vielen, vielen Dank. Dann grüßen wir mal zwei von euch. Erste Statue geht an Lucia Meister. Hallihallo, und letzte Statue geht an BFF-Party123456789. Hallihallo, mua. Ja, dann lasst uns einen dicken Daumen nach oben da. Wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau!